Lektion 1 – Vorteile der Energieeinsparung Wussten Sie, dass Sie durch den Einsatz energieeffizienter Geräte langfristig Geld bei den Stromrechnungen sparen können? Wirklich? Das ist interessant. Wie funktioniert das? Energieeffiziente Geräte verbrauchen weniger Strom und kosten daher weniger Betrieb. Das ergibt Sinn. Das ist dann eine Win-Win-Situation. Absolut. Außerdem ist es auch für die Umwelt von Vorteil. Mir gefällt die Idee, Geld zu sparen und meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Energieeffiziente Glühlampen verbrauchen beispielsweise weniger Energie und halten länger. Das ist praktisch. Ich sollte erwägen, zu denen zu wechseln. Es ist eine kleine Änderung, die im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen kann. Gibt es noch andere Tipps zum Energiesparen, die du teilen kannst? Das Verwenden von Steckdosenleisten und das Ausschalten von Geräten bei Nichtgebrauch können ebenfalls hilfreich sein. Gut zu wissen. Ich werde mehr auf meinen Energieverbrauch achten. Eine andere Idee ist, ihr Haus richtig zu isolieren, um die Heiz- und Kühlkosten zu senken. Das klingt nach einer praktischen Möglichkeit, Energie zu sparen. Das ist es. Außerdem kann es ihr Zuhause auch komfortabler machen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Isolierung in meinem Haus zu verbessern. Intelligente Thermostate sind eine weitere Option zur Energieeinsparung, die eine Überlegung wert ist. Wie funktionieren sie? Sie passen die Temperatur an ihre Vorlieben an und sparen Energie, wenn sie nicht da sind. Das ist praktisch. Ich werde sie mir ansehen. Und vergessen Sie nicht, Ladegeräte und Geräte vom Stromnetz zu trennen, wenn sie nicht verwendet werden. Ich mache es mir zur Gewohnheit, das zu tun. Jedes bisschen hilft. Das ist der Geist, Anna. Kleine Änderungen können zu erheblichen Einsparungen führen. Ich bin jetzt motiviert, energiebewusster zu sein. Es ist toll, das zu hören. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Absolut, John. Sparen wir Energie und Geld. Außerdem werden wir zu einer grüneren Zukunft beitragen. Darauf können wir stolz sein. Lass es uns machen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Lass es uns geschehen lassen. Lektion 2 Erkundung verfügbarer Ressourcen Es stehen so viele Ressourcen zur Verfügung, aber wir haben noch nicht viel erforscht. Das stimmt. Es lohnt sich, Zeit zu investieren, um uns mit Ihnen vertraut zu machen. Wir könnten durch Online-Kurse neue Fähigkeiten erlernen oder Wissen erwerben. Das ist eine tolle Idee. Wir können unser Fachwissen bequem von zu Hause aus erweitern. Bibliotheken sind auch wertvolle Ressourcen für Bücher und Unterrichtsmaterialien. Ich stimme zu. Sie bieten uns eine Fülle von Informationen, die wir erkunden können. Online-Foren und Communities eignen sich hervorragend, um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Es ist erstaunlich, wie wir von anderen lernen und unsere Erfahrungen teilen können. Podcasts und Lehrvideos bieten eine zugängliche Möglichkeit, neue Informationen aufzunehmen. Ich höre auf dem Weg zur Arbeit gerne Podcasts. Das ist eine produktive Nutzung der Zeit. Social-Media-Plattformen können auch nützlich sein, um Bildungsinhalte zu entdecken. Es stimmt, wir können Experten und Organisationen folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Vergessen wir nicht die öffentlichen Vorträge und Workshops in unserer lokalen Gemeinschaft. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen kann unseren Horizont erweitern und uns mit anderen verbinden. Museen und Kunstgalerien sind eine reiche Quelle für kulturelles und historisches Wissen. Das Erkunden von Ausstellungen kann sowohl lehrreich als auch inspirierend sein. Online-Bibliotheken und Archive bieten Zugang zu wertvollem Forschungsmaterial. Das ist praktisch. Wir können tief in Themen eintauchen, die uns interessieren. Professionelle Netzwerke und Branchenverbände bieten Wachstumschancen. Der Aufbau von Verbindungen kann Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Und schließlich sollten wir die Macht der Selbstreflexion und persönlicher Erfahrungen nicht unterschätzen. Es stimmt, Selbstbeobachtung und das Lernen aus unseren eigenen Reisen sind ebenfalls wertvolle Ressourcen. Wir haben eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung. Machen wir das Beste daraus. Absolut, John. Lasst uns lebenslanges Lernen begrüßen und neue Horizonte entdecken. Ich freue mich darauf, mich auf diese Entdeckungs- und Wissensreise zu begeben. Ich auch, John. Ich freue mich darauf, unser Verständnis zu erweitern und zusammenzuwachsen. Prost darauf, Anna. Nutzen wir die Chancen, die uns erwarten. Lektion 3 Ruhige Kerzenfarben Kerzen sorgen für eine beruhigende Atmosphäre. Kannst du den Kerzen auch Farben hinzufügen? Ja, sie können Kerzen in verschiedenen Farben finden, die zu ihrer Stimmung und Einrichtung passen. Das klingt reizend. Welche Farben empfehlen Sie für eine ruhige Atmosphäre? Sanfte Blau- und Grüntöne vermitteln ein Gefühl von Ruhe und Entspannung. Diese Farben klingen perfekt, um ein friedliches Ambiente zu schaffen. Sie können auch blasse Gelbtöne oder warme neutrale Farben in Betracht ziehen, um ein angenehmes Gefühl zu erzielen. Mir gefällt auch die Idee einer warmen und gemütlichen Atmosphäre. Wenn Sie einen Hauch von Romantik hinzufügen möchten, probieren Sie sanfte Rosa- oder Popotöne. Das könnte eine romantische und beruhigende Umgebung schaffen. Absolut. Kerzen in Pastelltönen können auch optisch ansprechend sein. Es klingt so, als könnten Kerzen sowohl die visuellen als auch die emotionalen Aspekte eines Raums verbessern. Auf jeden Fall. Sie haben die Möglichkeit, die Stimmung zu bestimmen und eine ruhige Umgebung zu schaffen. Gibt es bestimmte Düfte, die gut zu verschiedenen Kerzenfarben passen? Sie können Blumendüfte mit pastellfarbenen Kerzen kombinieren, um eine harmonische Kombination zu erzielen. Das ergibt Sinn. Es ist, als würde man ein zusammenhängendes Sinneserlebnis schaffen. Erdige Düfte wie Sandelholz oder Vanille können Kerzen in warmen Farben ergänzen. Ich kann mir vorstellen, wie sich die Aromen und Farben vermischen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Es ist eine wunderschöne Art, das Ambiente eines jeden Raums zu verbessern. Ich werde auf jeden Fall erwägen, farbige Kerzen in meine Inneneinrichtung zu integrieren. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihrem Raum einen Hauch von Gelassenheit und Schönheit verleihen werden. Danke für den Vorschlag, Anna. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Gern geschehen, John. Genieß den ruhigen Schein deiner farbigen Kerzen. Das werde ich, Anna. Wir wollen mit der Kraft der Farben eine Oase der Ruhe schaffen. Lektion 4 Sommerreisegeschichten Bist du letzten Sommer gereist? Ich bin neugierig, von deinen Abenteuern zu hören. Ja, ich habe mit meiner Familie einen Strandurlaub gemacht. Es war fantastisch. Das klingt fantastisch. Welchen Strand hast du besucht? Wir gingen auf eine wunderschöne tropische Insel mit makellosem weißen Sand. Wow, ich kann mir fast das türkisfarbene Wasser und die Palmen vorstellen. Es war wie im Paradies. Wir haben unsere Tage mit Schwimmen und Sonnenbaden verbracht. Das muss so entspannend gewesen sein. Hast du irgendwelche Wassersportaktivitäten ausprobiert? Ja, wir sind schnorcheln gegangen und haben bunte Fische und Korallenreffe gesehen. Schnorcheln ist eine großartige Möglichkeit, die Unterwasserwelt zu erkunden. Das klingt nach einem malerischen Ort. Die Natur hat so viel zu bieten. Wir haben auch die lokalen Märkte erkundet und leckeres Streetfood probiert. Das ist eine der besten Möglichkeiten, Kultur und Küche zu erleben. Es war eine unvergessliche Reise voller Entspannung und Abenteuer. Ich freue mich, dass du eine wundervolle Zeit mit deiner Familie hattest. Danke, John. Bist du kürzlich gereist? Ja, ich habe einen Roadtrip in die Berge gemacht. Die Aussicht war spektakulär. Roadtrips machen so viel Spaß. Bist du wandern oder campen gegangen? Wir haben beides gemacht. Wir sind durch malerische Pfade gewandert und haben unter dem Sternenhimmel gezeltet. Das klingt nach einem unglaublichen Erlebnis, der Natur nahe zu sein. Es war erfrischend, sich von der Stadt zu trennen und in die Wildnis einzutauchen. Das kann ich mir vorstellen. Die Natur hat eine Art, die Seele zu verjungen. In der Tat. Die Sommerzeit ist perfekt, um neue Orte zu erkunden und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Absolut. Es ist eine Jahreszeit voller Abenteuer und Entspannung. Ich freue mich, dass wir beide schöne Sommerreisen hatten. Ich auch, John. Auf die Freude am Erkunden und die Schönheit der Natur. Prost darauf, Anna. Mögen unsere zukünftigen Reisen mit noch mehr unglaublichen Erlebnissen gefüllt sein. Lektion 5 Die Suche nach Wissen Wir haben viel gelernt, aber es gibt noch so viel zu entdecken. Sollen wir weitersuchen? Einverstanden. Lasst uns unsere Suche nach Wissen und neuen Erfahrungen fortsetzen. Wir können uns mit verschiedenen Themen befassen und unser Verständnis erweitern. Ja, es gibt immer etwas Neues zu lernen und zu entdecken. Wir können Bücher zu verschiedenen Themen lesen und Einblicke aus verschiedenen Perspektiven gewinnen. Das stimmt. Bücher sind eine Fundgrube an Weisheit und Information. Wir können auch sinnvolle Gespräche mit Experten aus verschiedenen Bereichen führen. Gespräche bieten wertvolle Gelegenheiten, Ideen auszutauschen und unseren Horizont zu erweitern. Online-Kurse und Tutorials können uns helfen, neue Fähigkeiten und Fachkenntnisse zu erwerben. Das Erlernen neuer Fähigkeiten kann Türen zu aufregenden Möglichkeiten öffnen. Vergessen wir nicht, an Workshops und Seminaren teilzunehmen, um unser Wissen zu erweitern. Workshops können praktische Lernerfahrungen bieten und uns mit Gleichgesinnten verbinden. Wir können verschiedene Kulturen und Traditionen durch Reisen und Eintauchen erkunden. Reisen ermöglicht es uns, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Hobbys und kreative Aktivitäten können unsere Neugier wecken und unsere Leidenschaft entfachen. Unseren Leidenschaften nachzugehen bringt Freude und Erfüllung in unser Leben. Lassen Sie uns der Neugier freien Lauf lassen und jeden Tag mit Wissensdurst angehen. Neugier hält unseren Geist scharf und unsere Stimmung am Leben. Gemeinsam können wir uns auf eine lebenslange Entdeckungs- und Wachstumsreise begeben. Wir sind Partner bei dieser Suche, John. Wir suchen weiter und hören nie auf zu lernen. Absolut, Anna. Auf das endlose Streben nach Wissen und den Wundern, die es mit sich bringt. Lektion 6. Erwartungen setzen Wenn Sie etwas Neues beginnen, hilft es, eine Vorstellung davon zu bekommen, was Sie erwartet. Denkst du nicht? Absolut, Erwartungen zu haben, kann ein Gefühl der Orientierung und Vorbereitung geben. Es ist, als hätten wir eine Roadmap, die uns auf unserem Weg führt. Zu wissen, was uns erwartet, kann uns auch helfen, uns mental und emotional darauf vorzubereiten. Es reduziert die Unsicherheit und gibt uns ein Gefühl der Kontrolle. Es ist wichtig, die Erwartungen mit der Offenheit für Überraschungen und Anpassungen in Einklang zu bringen. Das stimmt. Flexibilität ist der Schlüssel, wenn die Dinge nicht genau wie geplant laufen. Das Setzen realistischer Erwartungen verhindert Enttäuschung und Frustration. Wir sollten Informationen sammeln und uns beraten lassen, um genaue Erwartungen zu formulieren. Das Forschen und Lernen aus den Erfahrungen anderer kann uns wertvolle Erkenntnisse geben. Es ist, als würde man Puzzleteile sammeln, um ein klareres Bild zu erhalten. Wir können Fragen stellen und uns von denen beraten lassen, die ähnliche Situationen durchgemacht haben. Ihre Weisheit kann uns helfen, fundiertere Erwartungen zu setzen. Wir sollten uns auch bewusst sein, dass sich die Erwartungen ändern können, wenn wir lernen und wachsen. Wenn wir unsere Erwartungen im Laufe der Zeit anpassen, ist das ein Zeichen von Anpassungsfähigkeit. Es ist wichtig, flexibel und offen für neue Möglichkeiten zu sein. Indem wir realistische Erwartungen setzen, können wir Herausforderungen effektiver bewältigen. Und feiern Sie Erfolge mit einem Gefühl der Erfüllung. Denken wir daran, unsere Erwartungen mit anderen Beteiligten zu kommunizieren. Klare Kommunikation fördert Verständnis und Ausrichtung. Es stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das Setzen von Erwartungen ist ein wertvolles Instrument für persönliches und berufliches Wachstum. Es hilft uns, die Reise klar und zielgerichtet zu steuern. Ich stimme zu, John, darauf, realistische Erwartungen zu setzen und das Abenteuer anzunehmen. Prost darauf, Anna! Mögen unsere Erwartungen uns zu Erfolg und Erfüllung führen. Lektion 7 – Morgendlicher Arbeitsweg Ich muss um 9 Uhr los. Wie lange wird es dauern, die Innenstadt zu erreichen? Je nach Verkehr dauert es in der Regel etwa 30 Minuten, um dorthin zu gelangen. Okay, dann sollte ich planen, gegen 8.30 Uhr aufzubrechen. Das sollte Ihnen genug Zeit geben, um Ihr Ziel ohne Eile zu erreichen. Ich werde sicherstellen, dass ich etwas Pufferzeit einkalkuliere, falls es zu unerwartetem Verkehr kommt. Das ist eine gute Idee. Es ist besser, früh als spät zu kommen. Ich werde vor meiner Abreise die Verkehrsbedingungen überprüfen, um zu sehen, ob es zu Verzögerungen kommt. Wenn Sie die Verkehrsinformationen im Auge behalten, können Sie fundierte Entscheidungen treffen. Ich könnte in Betracht ziehen, einen anderen Weg zu nehmen, wenn es zu starken Staus kommt. Das Erkunden alternativer Routen kann Ihnen manchmal Zeit sparen. Die Autobahn ist normalerweise schneller, aber zu Spitzenzeiten kann es zu Staus kommen. Dann bleibe ich bei den lokalen Straßen. Es könnte eine entspanntere Fahrt sein. Achten Sie nur auf Bauarbeiten oder Umwege auf dem Weg. Ich werde das berücksichtigen und meine Route bei Bedarf anpassen. Es ist immer gut, vorbereitet und anpassungsfähig zu sein. Danke für den Rat, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich meinen morgendlichen Arbeitsweg entsprechend plane. Gern geschehen, John. Gute Reise und ich hoffe, du hast einen produktiven Tag in der Innenstadt. Ich weiß das zu schätzen, Anna. Hab auch einen schönen Tag. Danke, John. Dann pass auf dich auf. Du auch, Anna. Auf Wiedersehen vorerst. Lektion 8. In die Innenstadt Welchen Bus sollte ich nehmen, um in die Innenstadt zu gelangen? Ja, Sie können entweder den Bus 14 oder den Bus 22 nehmen. Sind beide Busse gleich bequem und pünktlich? Bus 14 fährt in der Regel häufiger, aber Bus 22 hat weniger Haltestellen auf dem Weg. Ich verstehe. Also, Bus 14 könnte zu Stoßzeiten eine bessere Option sein? Das ist richtig. Es ist normalerweise weniger überfüllt und kommt häufiger an. Wie lange dauert die Fahrt in beiden Bussen normalerweise? Je nach Verkehr dauert es auf beiden Strecken etwa 30 Minuten. Das ist nicht so schlimm. Dann werde ich versuchen, Bus 14 zu nehmen. Gute Wahl. Es ist eine zuverlässige Option, um das Stadtzentrum zu erreichen. Wissen Sie, ob Sie Bargeld oder nur Kontaktloses Bezahlen akzeptieren? Beide Busse akzeptieren Bargeld, Kontaktloses Bezahlen wird jedoch bevorzugt. Ich werde sicherstellen, dass ich etwas Bargeld zur Hand habe, nur für den Fall. Das ist eine kluge Idee. Vorbereitet zu sein ist immer eine gute Sache. Gibt es Sehenswürdigkeiten oder Haltestellen, auf die ich achten sollte? Ja, es gibt ein bekanntes Einkaufszentrum in der Nähe des Stadtzentrums. Es ist ein guter Bezugspunkt. Ich werde danach Ausschau halten, um zu wissen, wann ich aus dem Bus aussteigen muss. Das ist ein zuverlässiger Orientierungspunkt, an dem Sie sich orientieren können. Danke für die Information, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ich nehme den Bus 14 und fahre jetzt in die Innenstadt. Hab einen schönen Tag. Gute Reisen, John. Genieß deine Zeit in der Innenstadt. Danke, Anna. Dann pass auf dich auf. Du auch, John. Hab einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen vorerst. Lektion 9, hinter den Höhepunkten. Absolut. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Menschen nur die Höhepunkte ihres Lebens teilen. Das stimmt. Soziale Medien zeigen oft eine bearbeitete Version der Realität. Wir sollten unseren Alltag nicht mit den sorgfältig kuratierten Momenten anderer vergleichen. Es ist wichtig, dass wir uns auf unsere eigene Reise und unseren Fortschritt konzentrieren. Ein Vergleich kann zu Gefühlen der Unzulänglichkeit und Selbstzweifeln führen. Es geht darum, Zufriedenheit und Dankbarkeit für das zu finden, was wir haben. Wir können uns von den Leistungen anderer inspirieren lassen, ohne unsere eigenen zu beeinträchtigen. Denken Sie daran, dass jeder seine eigenen Kämpfe und Herausforderungen hat. Hinter den Kulissen passiert oft mehr, als man denkt. Es ist wichtig, Empathie und Verständnis zu üben. Wir sollten eine positive Einstellung pflegen und uns auf unsere eigene Reise konzentrieren. Vergleiche können unseren Fortschritt und unser Glück behindern. Es geht darum, unsere Einzigartigkeit anzunehmen und unseren eigenen Weg zu feiern. Denken wir daran, nett zu uns selbst und zu anderen zu sein. Absolut, Anna. Auf die Wertschätzung unserer eigenen Reise und darauf, zufrieden zu sein, wer wir sind. Gut gesagt, John. Lasst uns Authentizität genießen und Freude an unseren eigenen Geschichten finden. Prost darauf, Anna. Mögen wir immer daran denken, dass unsere Reise es wert ist, gefeiert zu werden. Prost, John. Machen wir das Beste aus unseren eigenen einzigartigen Abenteuern. In der Tat, Anna. Genießen wir den gegenwärtigen Moment und genießen wir unsere eigenen Höhepunkte. Absolut, John. Im Leben geht es um die kleinen Momente, die unserer Geschichte Bedeutung verleihen. Gut gesagt, Anna. Lassen Sie uns unsere eigenen schönen und authentischen Erzählungen kreieren. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Darauf, unser eigenes außergewöhnliches Leben zu führen. Prost, Anna. Gehen wir raus und sorgen dafür, dass jeder Moment zählt. Lektion 10, Comedy-Abend Willst du einen Film sehen? Ich habe gehört, dass es im Theater eine neue Komödie gibt. Klar, ich bin bereit für ein paar Lacher. Wie heißt der Film? Es heißt Laukriot. Die Bewertungen waren sehr positiv. Das klingt großartig. Wann spielt es? Es wird heute Abend um 19 Uhr gezeigt. Bist du verfügbar? Ja, ich habe heute Abend nichts vor. Zählen Sie auf mich. Perfekt. Treffen wir uns gegen 18.45 Uhr im Theater. Klingt nach einem Plan. Ich sehe dich dort. Warst du schon einmal in dem Theater? Ist ein Parkplatz leicht zu finden? Ja, ich war dort. Sie haben einen Parkplatz, also sollte das kein Problem sein. Das ist gut zu wissen. Ich werde versuchen, etwas früher anzukommen, um mir einen Platz zu sichern. Es ist immer besser, früh zu kommen, als in letzter Minute zu hetzen. Absolut. Ich hole unsere Tickets im Bohr aus, um Warteschlangen zu vermeiden. Das ist fürsorglich von dir. Das wird uns Zeit sparen. Möchtest du vor dem Film einen schnellen Harten essen? Klar, ich bin bereit dafür. In der Nähe gibt es eine Pizzeria. Sollen wir da hingehen? Klingt köstlich. Treffen wir uns gegen 17.30 Uhr in der Pizzeria. Wir sehen uns dort, John. Ich freue mich auf den Film und eine leckere Pizza. Ich auch, Anna. Das wird ein lustiger Abend. Ich kann es kaum erwarten. Ich sehe dich bald, John. Bis bald, Anna. Genieß den Rest deines Tages. Du auch, John. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen vorerst. Lektion 11. Die Stadt erkunden. Gehen wir in den Park. Von dort dauert es normalerweise etwa 20 Minuten. Klingt nach einem Plan. Ich gehe gerne spazieren und erkunde die Stadt. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Perfekt für einen gemütlichen Spaziergang. Ich stimme zu. Der Sonnenschein und die frische Luft sind belebend. Wir können eine malerische Route durch die Innenstadt nehmen. Das klingt reizend. Ich bin gespannt, was uns begegnen wird. Entlang des Weges gibt es einige bezaubernde Geschäfte und Cafés. Ich bin immer bereit, neue Orte zu entdecken. Wir könnten sogar auf Straßenkünstler oder Künstler stoßen. Das wäre eine entzückende Überraschung. Ich liebe es, lokale Talente zu erleben. Der Park, in den wir fahren, hat einen schönen Teich und Wanderwege. Das klingt friedlich. Die Natur verjungt sich ständig. Wir können uns Zeit nehmen und die Ruhe der Umgebung genießen. Es ist eine schöne Pause vom Trubel der Stadt. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, ein gutes Gespräch zu führen. Absolut. Gemeinsames Gehen ermöglicht sinnvolle Verbindungen. Wir können auch ein paar Bilder machen, um die Erinnerungen festzuhalten. Das ist eine wundervolle Idee. Dokumentieren wir unser kleines Abenteuer. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir unterwegs einige versteckte Juwelen. Das ist das Schöne am Erkunden. Es gibt immer etwas Neues zu finden. Ich bin froh, dass wir uns für diesen Spaziergang entschieden haben. Es ist eine erfrischende Abwechslung. Ich auch, John. Es sind die einfachen Momente, die das Leben angenehm machen. Lassen Sie uns die Reise in Angriff nehmen und das Beste aus diesem schönen Tag machen. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Lass uns ein paar schöne Erinnerungen schaffen. In der Tat, Anna. Lasst uns die Gegenwart wertschätzen und unseren Spaziergang genießen. Absolut, John. Lassen Sie uns die Schönheit der Stadt genießen und bleibende Erinnerungen schaffen. Gut gesagt, Anna. Lasst uns unser Abenteuer beginnen und jeden Schritt genießen. Ich freue mich, John. Machen wir das Beste aus diesem wunderbaren Tag. Lass uns gehen, Anna. Unsere Stadt erwartet Sie. Lektion 12 Ein Reiseziel auswählen Es gibt so viele Möglichkeiten. Interessieren Sie sich für Asien, Europa oder Südamerika? Ich bin offen für jede dieser Regionen. Jeder hat ihren eigenen Charme. Asien bietet reiche kulturelle Erlebnisse und köstliche Küche. Europa hat eine atemberaubende Architektur und eine reiche Geschichte. Ich würde gerne Städte wie Paris oder Rom erkunden. Südamerika hat atemberaubende Landschaften und lebendige Kulturen. Machu Pichu in Peru und die Strände Brasiliens stehen auf meiner Bucket List. Es ist eine schwierige Entscheidung. Jedes Reiseziel hat seinen eigenen Reiz. Vielleicht können wir es eingrenzen, indem wir unsere Interessen berücksichtigen. Das ist eine gute Idee. Was ist deine größte Leidenschaft? Ich liebe es, in verschiedene Kulturen einzutauchen und neue Lebensmittel auszuprobieren. In diesem Fall könnte Asien eine gute Wahl für sie sein. Stimmt. Es wäre faszinierend, die vielfältigen Küchen und Traditionen zu erkunden. Ich persönlich fühle mich zu den historischen Sehenswürdigkeiten und der Kunst in Europa hingezogen. Europa hat eine Fülle an kulturellen Schätzen, die es zu entdecken gilt. Südamerika bietet Abenteuer und Naturwunder. Es wäre unglaublich, im Amazonas-Regenwald zu wandern oder die Galapagos-Inseln zu besuchen. Wir könnten auch Faktoren wie Budget- und Reiselogistik berücksichtigen. Das ist wichtig zu berücksichtigen. Wir sollten die Visabestimmungen und Flugoptionen untersuchen. Lassen Sie uns mehr Informationen sammeln und eine fundierte Entscheidung treffen. Einverstanden. Wir wollen sicherstellen, dass es eine unvergessliche und unterhaltsame Reise wird. Sobald wir uns entschieden haben, können wir mit der Planung der Reiseroute und der Buchung von Unterkünften beginnen. Lassen Sie uns unsere Nachforschungen anstellen und ein Reiseziel wählen, das unser Herz anspricht. Absolut, Anna! Auf unser bevorstehendes Reiseabenteuer! Prost, John! Möge es voller unvergesslicher Erlebnisse und lebenslanger Erinnerungen sein. Prost, Anna! Lass das Abenteuer beginnen! Ich habe gehört, dass Öle wohltuend sind. Benutzt du welche? Ja, ich verwende gerne ätherische Öle. Sie haben viele Verwendungsmöglichkeiten. Ich bin daran interessiert, Lavendelöl zu probieren. Ich habe gehört, dass es beruhigend ist. Lavendelöl ist in der Tat für seine entspannenden Eigenschaften bekannt. Wo können wir Lavendelöl finden? Ist es hier erhältlich? Wir können im Reformhaus nachschauen. Sie haben normalerweise eine Vielzahl von Ölen. Das ist praktisch. Gehen wir da hin und suchen etwas Lavendelöl. Tolle Idee! Lavendelöl ist wegen seiner beruhigenden Wirkung eine beliebte Wahl. Haben Sie Empfehlungen zu bestimmten Marken? Ich persönlich mag das biologische und reine Lavendelöl einer lokalen Marke. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich bevorzuge natürliche und hochwertige Produkte. Es ist immer eine gute Idee, die Etiketten zu lesen und die Inhaltsstoffe zu überprüfen. Ich werde auf jeden Fall nach reinem Lavendelöl ohne jegliche Zusatzstoffe suchen. Das ist wichtig, um die Vorteile des Öls voll auszuschöpfen. Gibt es noch andere Öle, die du empfehlen würdest? Pfefferminzöl eignet sich hervorragend gegen Kopfschmerzen und steigert die Energie. Ich denke auch darüber nach, Pfefferminzöl zu kaufen. Danke für den Vorschlag. Gern geschehen, John. Es ist immer gut, verschiedene Öle zu haben. Wie verwendet man Lavendelöl wegen seiner beruhigenden Wirkung? Sie können ein paar Tropfen in einen Diffusor geben oder ihn zur Massage mit einem Trägeröl mischen. Das klingt einfach genug. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Denken Sie daran, es richtig zu verdünnen, bevor Sie es auf Ihre Haut auftragen. Das behalte ich im Hinterkopf. Sicherheit ist wichtig bei der Verwendung ätherischer Öle. Absolut. Folgen Sie am besten den Anweisungen und Richtlinien. Ich freue mich darauf, Lavendelöl in meinen Alltag zu integrieren. Es ist eine wunderbare Ergänzung zur Entspannung und Selbstpflege. Lass uns zum Bioladen gehen und das Lavendelöl finden, das wir brauchen. Klingt nach einem Plan. Ich bin sicher, wir werden finden, wonach wir suchen. Danke für deine Anleitung, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Gern geschehen, John. Lassen Sie uns gemeinsam die Vorteile ätherischer Öle genießen. Einverstanden, Anna. Auf einen ruhigeren und friedlicheren Lebensstil. Prost, John. Möge Lavendelöl Ruhe in unser Leben bringen. Prost, Anna. Begeben wir uns gemeinsam auf diese aromatische Reise. Um neue Energie zu tanken und Burnout zu vermeiden, ist das klug. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein. Absolut. Selbstpflege ist für unser allgemeines Wohlbefinden unerlässlich. Welche Selbstpflegepraktiken findest du hilfreich? Ich gehe gerne in der Natur spazieren und über Achtsamkeit. Das klingt nach großartigen Möglichkeiten, sich zu entspannen und abzuschalten. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die uns Freude und Frieden bringen. Ich stimme zu. Wie nimmst du dir Zeit für Selbstpflege in deinem Alltag? Ich lege Wert auf Selbstpflege, indem ich mir jeden Tag Zeit nehme. Das ist ein guter Ansatz. Das stellt sicher, dass es nicht übersehen wird. Ja, Selbstfürsorge sollte als Priorität behandelt werden, nicht als nachträglicher Gedanke. Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass wir uns auf die Selbstpflege konzentrieren müssen? Das Gefühl, ständig gestresst, erschöpft oder gereizt zu sein, ist ein Warnsignal. Es ist wichtig, auf unser geistiges und körperliches Wohlbefinden zu achten. Absolut. Wenn wir auf uns selbst aufpassen, können wir uns voll und ganz im Leben zeigen. Was sind einige einfache Selbstpflegepraktiken, die leicht integriert werden können? Tiefes Atmen, Pausen einlegen und ausreichend schlafen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Praktiken einen signifikanten Unterschied machen können. Es geht darum, herauszufinden, was für sie funktioniert, und es zur Gewohnheit zu machen. Ich werde sicherstellen, dass der Selbstpflege in Zukunft Priorität eingeräumt wird. Das ist toll zu hören, John. Das hast du verdient. Danke, Anna. Wir alle verdienen es, auf uns selbst aufzupassen. Denken Sie daran, dass Selbstfürsorge nicht egoistisch ist, sie ist notwendig. Das behalte ich im Hinterkopf. Auf ein gesünderes und glücklicheres Leben. Prost, John. Möge Selbstfürsorge eine Konstante in unserem Leben sein. Prost, Anna. Machen wir Selbstfürsorge zu einer nicht verhandelbaren Praxis. Lektion 15, Kontaktinformationen teilen. Sicher, meine Telefonnummer ist 123456789. Toll, lass es mich auf meinem Handy speichern. Danke, John. Gern geschehen, Anna. Fühlen Sie sich frei, sich jederzeit an uns zu wenden. Wird reichen. Hier ist meine Nummer, 987654321. Danke, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass ich es auch speichere. Es ist immer gut, die Kontaktinformationen des anderen griffbereit zu haben. Absolut. Es macht es viel einfacher, in Kontakt zu bleiben. Übrigens, haben Sie irgendwelche Social-Media-Konten? Ja, ich bin auf Instagram. Mein Handle ist JohnDoe123. Ich folge dir. Mein Benutzername ist AnnaSmith456. Großartig. Ich freue mich darauf, mit dir auf Instagram in Kontakt zu treten. Ich auch, John. Es ist eine unterhaltsame Plattform, um Momente zu teilen. Auf jeden Fall ist es eine großartige Möglichkeit, virtuell in Verbindung zu bleiben. Verwenden Sie übrigens Messaging-Apps? Ja, ich benutze WhatsApp. Es ist praktisch für die internationale Kommunikation. Das ist gut zu wissen. Ich habe auch WhatsApp, damit wir problemlos chatten können. Perfekt, Anna. Stellen wir sicher, dass wir auch über WhatsApp verbunden sind. Einverstanden, John. Es ist wichtig, verschiedene Möglichkeiten zu haben, in Kontakt zu bleiben. Absolut, Anna. Kommunikation ist der Schlüssel zum Aufbau von Beziehungen. Ich freue mich, dass wir heute unsere Kontaktinformationen ausgetauscht haben. Ich auch, Anna. Das ist der Beginn einer neuen Freundschaft. Ich freue mich, dich besser kennenzulernen, John. Ebenso, Anna. Bleiben wir in Verbindung und schaffen wir tolle Erinnerungen. Klingt nach einem Plan, John. Auf unsere neue Freundschaft. Prost, Anna. Möge unsere Bindung mit der Zeit stärker werden. Prost, John. Begeben wir uns gemeinsam auf diese Freundschaftsreise. In der Tat, Anna. Auf neue Anfänge und sinnvolle Verbindungen. Lektion 16 Neugier und Lärmen Neugier ist auf jeden Fall das Tor zum Wissen. Wie kann ich Neugier in meinem täglichen Leben wecken? Bleiben Sie aufgeschlossen und hören Sie nie auf, Fragen zu stellen. Das ist ein gutes Argument. Ich werde versuchen, eine merkwürdige Denkweise anzunehmen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, neue Ideen und Perspektiven zu entdecken. Wo finde ich Antworten auf meine Fragen? Die Bibliothek ist ein großartiger Ausgangspunkt. Die ist eine Fundgrube an Wissen. Dann werde ich dafür sorgen, dass ich mehr Zeit in der Bibliothek verbringe. Sie können sich auch an das Internet wenden, um schnelle und zugängliche Informationen zu erhalten. Das stimmt. Das Internet bietet auch eine Fülle von Ressourcen. Denken Sie daran, Informationen aus zuverlässigen Quellen zu überprüfen und zu verifizieren. Guter Rat. Kritisches Denken ist im digitalen Zeitalter unerlässlich. Auf jeden Fall hilft es uns, durch riesige Informationsmengen zu navigieren. Wie kann ich meine Neugier für Fächer wecken, mit denen ich nicht vertraut bin? Erkunden Sie zunächst verwandte Bücher, Artikel oder Dokumentarfilme. Ich werde meinen Horizont erweitern und mich mit neuen Themen befassen. Das ist der Geist, John. Entdecken Sie die Freude am lebenslernen Lärmen. Gibt es bestimmte Themen, auf die Sie neugierig sind? Ich bin immer fasziniert von Psychologie und Weltgeschichte. Das sind faszinierende Themen. Ich werde sie auch erkunden. Es ist aufregend, gemeinsam intellektuelle Abenteuer zu erleben. In der Tat, Anna. Stillen wir unseren Wissensdurst. Denken Sie daran, dass es immer mehr zu lernen und zu entdecken gibt. Das behalte ich im Hinterkopf. Auf eine merkwürdige und aufgeklärte Reise. Prost, John. Möge unser Streben nach Wissen niemals enden. Prost, Anna. Lasst uns der Neugier freien Lauf lassen und die Geheimnisse der Welt lüften. Absolut, John. Neugier ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Einverstanden, Anna. Lasst uns weiter fragen, forschen und zusammenwachsen. Lektion 17 Neue Hobbys entdecken Ich denke darüber nach, ein paar neue Hobbys auszuprobieren. Das ist aufregend. Welche Hobbys ziehen Sie in Betracht? Ich interessiere mich für Fotografie und Gitarrespielen. Das klingt nach wunderbaren Entscheidungen. Viel Glück mit deinen neuen Hobbys! Danke, Anna. Ich freue mich darauf, sie zu erkunden. Die Fotografie kann schöne Momente festhalten und Geschichten erzählen. Ich liebe die Idee, Erinnerungen durch Fotos zu bewahren. Es ist ein kreatives Medium, das es dir ermöglicht, die Welt anders zu sehen. Musik hat die Möglichkeit, unsere Seelen zu berühren und Menschen zu verbinden. Ich freue mich darauf, Akkorde zu lernen und meine Lieblingslieder zu spielen. Du wirst eine neue Fähigkeit entwickeln und deine eigenen Melodien kreieren. Hast du irgendwelche Hobbys, die dir am Herzen liegen? In meiner Freizeit male und praktiziere ich gerne Yoga. Malen muss eine großartige Möglichkeit sein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ja, es ist therapeutisch und ermöglicht mir, mich auszudrücken. Wie wäre es mit Yoga? Welche Vorteile bringt es? Yoga hilft mir, Gleichgewicht, Kraft und inneren Frieden zu finden. Das klingt fantastisch. Vielleicht probiere ich auch Yoga aus. Es lohnt sich, es zu erkunden. Yoga bietet sowohl körperliche als auch geistige Vorteile. Danke fürs Teilen, Anna. Ich schätze deine Erkenntnisse. Gern geschehen, John. Ich bin hier, um deine neuen Hobbys zu unterstützen. Unterstützende Freunde zu haben, macht die Reise noch angenehmer. Auf jeden Fall, John. Ermutigen wir uns gegenseitig in unseren Bestrebungen. Absolut, Anna. Auf neue Hobbys und Leidenschaften. Prost, John. Mögen unsere Hobbys uns Erfüllung und Glück bringen. Prost, Anna. Begeben wir uns gemeinsam auf diese Reise der Selbstfindung. In der Tat, John. Viel Glück beim Fotografieren und Gitarre spielen. Danke, Anna. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude am Malen und Yoga. Ja, ich habe ein paar Mal gezeltet. Es ist so erfrischend, in der Natur zu sein. Ich stimme zu, John. Die Natur hat etwas Verjüngendes. Die frische Luft und die ruhige Umgebung sind wirklich beliebend. Von Bäumen umgeben zu sein und die Geräusche der Natur zu hören, ist beruhigend. Es ist eine Pause von der Hektik des Stadtlebens. Ich liebe es, mich von Technologie zu trennen und Einfachheit zu schätzen. Camping ermöglicht es uns, die Schönheit der Natur zu schätzen. Und es ist eine Gelegenheit, Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Angeln nachzugehen. Es ist immer aufregend, Wanderwege zu erkunden und versteckte Juwelen zu entdecken. Außerdem ist es herzerwärmend, am Lagerfeuer zu sitzen und Geschichten zu erzählen. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich mit Freunden und Angehörigen zu verbinden. Und nachts die Sterne zu beobachten, ist einfach atemberaubend. Der Nachthimmel erinnert uns an die Weite und das Wunder des Universums. Haben Sie schon einmal versucht, in der Nähe eines Sees oder am Strand zu campen? Ja, ich habe schon einmal an einem See gezeltet. Es war eine ruhige Erfahrung. Das Wasser verleiht dem Campingausflug ein zusätzliches Element der Ruhe. Absolut, Anna! Es ist eine Chance, sich auf einer tieferen Ebene mit der Natur zu verbinden. Ich freue mich auf mein nächstes Campingabenteuer. Es ist ein Abenteuer, das uns der Schönheit der Erde näher bringt. Die Natur hat so viel zu bieten und Camping ermöglicht es uns, sie in vollen Zügen zu genießen. Stellen wir sicher, dass wir dem Verbringen von Zeit in der Natur Priorität einräumen, wann immer wir können. Einverstanden, John! Schaffen wir bleibende Erinnerungen in der freien Natur. Auf weitere Campingausflüge und unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Prost, John! Mögen wir in der Wildnis immer Trost und Freude finden. Prost, Anna! Genießen wir die Momente, die wir in der Umarmung der Natur verbringen. Lektion 19 – Snacks für einen Roadtrip Roadtrips machen so viel Spaß, findest du nicht? Auf jeden Fall, John! Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Orte zu erkunden. Und die Aufregung steigt, als wir uns auf die offene Straße begeben. Es ist ein Abenteuer voller Vorfreude und Überraschungen. Aber weißt du, was ich an Roadtrips am meisten liebe? Was ist los, John? Die Snacks! Vor allem, wenn ich während der Reise Hunger bekomme. Oh, das kann ich absolut nachvollziehen. Snacks machen die Reise noch besser. Ich packe gerne eine Vielzahl von Snacks für verschiedene Heißhungerattacken ein. Das ist eine kluge Idee. Was sind einige deiner Lieblings-Smacks? Ich habe immer eine Tüte mit gemischten Nüssen und Trockenfrüchten. Nüsse und Früchte sind gesund und sorgen für anhaltende Energie. Und natürlich einige herzhafte Snacks wie Chips oder Brezeln. Ich muss etwas Knuspriges und Befriedigendes haben. Ich bringe auch gerne ein paar selbstgemachte Sandwiches mit. Sandwiches sind praktisch und können ziemlich sättigend sein. Und als süßen Leckerbissen packe ich ein paar Schokoriegel oder Müsse-Riegel ein. Diese eignen sich perfekt, um Naschkatzen zu stillen. Was ist mit dir, Anna? Was für Snacks magst du auf Autofahrten? Ich bin ein Fan von Trailmix mit Müssen, Samen und Schokolade. Trailmix ist eine klassische Wahl, immer ein Publikumsmagnet. Ich bringe auch gerne frisches Obst wie Äpfel und Orangen mit. Früchte sind während der Reise erfrischend und hydratisierend. Und für eine herzhafte Variante packe ich etwas Käse und Cracker ein. Es geht darum, Snacks zu haben, die sie genießen und die sie mit Energie versorgen. Absolut, Anna! Snacks tragen zum gesamten Roadtrip-Erlebnis bei. Sie machen die Reise definitiv angenehmer. Auf leckere Roadtrip-Snacks und unvergessliche Abenteuer! Prost, John! Mögen unsere Snacks uns unterwegs zufriedenstellen! Prost, Anna! Lassen Sie uns auf unserem nächsten Roadtrip köstliche Leckereien genießen! In der Tat, John! Ein Snack ist ein wesentlicher Bestandteil des Roadtrip-Spaßes. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna! Lass uns essen und bleibende Erinnerungen sammeln! Lektion 20 Kulinarik entdecken Was ist deine Lieblingsküche, Anna? Ich liebe italienisches Essen, besonders Pasta. Die italienische Küche ist in der Tat köstlich. Pasta hat so viele Variationen. Es ist vielseitig und beruhigend. Ein Lieblingsgericht für mich. Hast du eine Lieblingsnudelsorte? Ich mag Spaghetti mit Marinara-Sauce und Fleischbärchen. Klassische Wahl. Spaghetti sind immer ein Publikumsmagnet. Was ist mit dir, John? Was ist deine Lieblingsküche? Ich bin ein Fan von mexikanischem Essen, besonders von Tacos. Tacos sind aromatisch und voller verschiedener Zutaten. Ich liebe die Kombination aus herzhaftem Fleisch und frischen Belägen. Die mexikanische Küche hat ein lebendiges und würziges Geschmacksprofil. Es stimmt, Anna. Die Gewürze verleihen dem Geschirr einen zusätzlichen Kick. Hast du schon einmal andere Arten von Küche probiert? Ja, ich habe auch chinesische und thailändische Küche genossen. Und das thailändische Essen hat eine perfekte Balance zwischen süß und würzig. Das Erkunden verschiedener Küchen ist wie ein kulinarisches Abenteuer. Es öffnet unseren Gaumen für neue Geschmäcker und Erlebnisse. Absolut, John. Essen ist eine universelle Kultursprache. Es ist eine Möglichkeit, mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in Kontakt zu treten. Und es ist erstaunlich, wie Essen Erinnerungen und Emotionen hervorrufen kann. Eine gemeinsame Mahlzeit bringt Menschen auf besondere Weise zusammen. Es ist eine Zeit, um gute Gesellschaft und köstliche Aromen zu genießen. Lassen Sie uns weiterhin die Küche erkunden und neue Gerichte probieren. Einverstanden, John. Die Welt ist voller kulinarischer Köstlichkeiten, die es zu entdecken gilt. Wir laden Sie ein, Aromen aus der ganzen Welt zu genießen. Prost, John. Mögen unsere Geschmacksknospen für immer neugierig sein. Prost, Anna. Lassen Sie uns den Reichtum der verschiedenen Küchen genießen. In der Tat, John. Guten Appetit und frohe kulinarische Abenteuer. Danke, Anna. Gönnen wir uns die Freuden des Essens und der Aromen. Lektion 21, Filmmarathon am Wochenende. Also, was sind deine Pläne für das Wochenende, Anna? Ich denke über einen Filmmarathon nach. Das klingt nach einer gemütlichen und entspannten Art, das Wochenende zu verbringen. Welche Filme planst du zu sehen? Ich habe ein paar Klassiker im Kopf, wie Casablanca und Vom Winde verweht. Hervorragende Auswahl. Diese Filme sind zeitlos. Ich möchte mich auch über einige aktuelle Veröffentlichungen informieren. Gibt es bestimmte Genres, auf die du Lust hast? Ich habe Lust auf eine Mischung aus Comedy, Drama und Action. Das ist eine gute Abwechslung, um die Dinge interessant zu halten. Es ist schön, zwischen verschiedenen Emotionen und Handlungssträngen zu wechseln. Schaust du Filme lieber alleine oder in Gesellschaft? Ich mag beides, aber diesem Marathon schaue ich alleine zu. Manchmal ist es schön, eine ruhige Zeit für sich selbst zu haben. Genau, John. Es ist eine Gelegenheit, sich zu entspannen und abzuschalten. Hast du vor, während des Filmmarathons Snacks zu essen? Natürlich. Popcorn und etwas Schokolade sind ein Muss. Klassische Filmsnacks. Mit denen kann man nichts falsch machen. Was ist mit dir, John? Irgendwelche Pläne für das Wochenende? Vielleicht lese ich etwas und gehe wandern. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Es ist wichtig, Freizeitaktivitäten mit körperlicher Aktivität in Einklang zu bringen. Absolut. Es hält uns erfrischt und voller Energie. Nun, viel Spaß bei deinem Filmmarathon, Anna. Klingt nach einem wunderbaren Wochenendplan. Danke, John. Ich hoffe, du hast auch ein schönes Wochenende. Lassen Sie uns nächste Woche wieder zusammenkommen und unsere Film- und Wandererlebnisse teilen. Klingt nach einem Plan, John. Freue mich schon drauf. Hab ein fantastisches Wochenende, Anna. Du auch, John. Viel Spaß beim Lesen und Wandern. Danke, Anna. Dann pass auf dich auf und genieß die Filme. Lektion 22 Die Bedeutung eines guten Kundendienstes Guter Kundenservice macht einen Unterschied, findest du nicht, Anna? Absolut, John. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Wenn das Personal freundlich und aufmerksam ist, verbessert dies das Gesamterlebnis. Dadurch fühlen wir uns als Kunden geschätzt und geschätzt. Ich schätze es, wenn Sie sich die Zeit nehmen, auf meine Bedürfnisse zu hören. Es zeigt, dass Sie wirklich Wert darauf legen, einen guten Service zu bieten. Genau, Anna. Bei gutem Kundenservice dreht sich alles um den Aufbau von Beziehungen. Es schafft eine positive Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Und es ermutigt uns, Stammkunden zu werden. Wenn wir exzellenten Service erhalten, ist es wahrscheinlicher, dass wir zurückkehren. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen, wie eine herzliche Begrüßung. Ein freundliches Lächeln kann unseren Tag verschönern. Und wenn Sie alles daran setzen, Probleme zu lösen, ist das beeindruckend. Es zeigt Ihr Engagement für die Kundenzufriedenheit. Zu einem guten Kundenservice gehört auch eine effektive Kommunikation. Eine klare und zeitnahe Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Und es macht das gesamte Erlebnis reibungsloser und angenehmer. Für Unternehmen ist es wichtig, in die Schulung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Durch eine angemessene Ausbildung werden Sie mit den Fähigkeiten ausgestattet, einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Und es schafft einen positiven Ruf für das Unternehmen. Mund-zu-Mund-Empfehlungen sind mächtig. Sie können ein Geschäft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. So war, Anna. Guter Kundenservice ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Es schafft eine positive Atmosphäre sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter. Und es fördert die Loyalität und das Vertrauen zwischen den beiden Parteien. Lassen Sie uns die Unternehmen würdigen, die Wert auf guten Kundenservice legen. Absolut, Anna. Sie verdienen unsere Unterstützung und Anerkennung. Ein Hoch auf Unternehmen, die sich für ihre Kunden ins Zeug legen. Prost, Anna. Möge ein guter Kundenservice weiterhin erfolgreich sein. Prost, John. Lassen Sie uns für außergewöhnliche Kundenerlebnisse eintreten. In der Tat, Anna. Gemeinsam können wir in der Dienstleistungsbranche etwas bewegen. Kennen kurz. Lassen Sie uns für unsere Kundenservice. Untertitelung des ZDF, 2020